Zu Beginn des 21. Jahrhunderts befand sich die menschliche Evolution an einem Wendepunkt. Die natürliche Auslese, die den stärksten, den klügsten und schnellsten bei der Fortpflanzung den Vorzug vor allen anderen gab und damit die edelsten Eigenschaften des Menschen förderte, schien nun andere Merkmale zu begünstigen. Damals versprachen die meisten Zukunftsvisionen eine noch zivilisiertere und intelligentere Welt, aber die Zeichen der Zeit deuteten in die entgegengesetzte Richtung. Die Welt verblödete. Wie kam es dazu? Intelligenz wird von der Evolution nicht unbedingt belohnt. Ob schon es uns an natürlichen Feinden fehlte, setzte die Natur nun auf all jene, die sich am häufigsten reproduzierten. Die Intelligenten wurden eine vom Aussterben bedrohte Art. Der Welt ein Kind zu schenken, ist eine ungeheuer schwerwiegende Entscheidung. Der Zeitpunkt muss einfach stimmen. So etwas möchte man nicht überstürzen, ist ja verständlich. Auf keinen Fall. Scheiße, ich bin schon wieder schwanger. Scheiße, ich hatte zu viele verdammte Kinder. Ich dachte, du minnst die Pille oder sowas. Spinnst du? Nein. Scheiße, ich wollte Britney verwechselt. Britney, das wirst du büßen. Wir können im Augenblick keine Kinder haben. Nicht bei der momentanen Marktlage. Nein, das wäre überaus unvernünftig. Na komm, trau dich nicht auf, Schlampe. Er steht kein bisschen auf dich. Tja, aber irgendwas scheint ihm hier besser zu gefallen. Hey, die Seele deutet mir nichts. Oh, Scheiße. Was war ich nicht? Du Scheißkerl! Nun, wir haben uns endlich entschieden, ein Kind zu bekommen. Und ich möchte keinem auf die Füße treten. Doch es läuft nicht wie geplant. Und das soll uns weiterbringen? Ich meine ja nur, vor einer künstlichen Befruchtung könntest du dich endlich bereit erklären zu... Das liegt wie immer an mir. Naja, sind nicht meine Spermien. Ja! Ja! Ich leg euch alle flach! Das ist mein Druck! Wow! Wow! Cleavon hat Glück, dass er noch lebt. Er wollte mit seinem Jetski aus einem See in einen Pool springen und blieb mit dem Genital an einem Zaun hängen. Aber dank jüngster Fortschritte in der Stammzellenforschung und der Kunst von Dr. Krinsky und Dr. Altschuler dürfte Cleavon bald wieder zeugungsfähig sein. Hey, Fotenweg von meinem Gerät! Bedauerlicherweise hat Trevor einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Er verschiet, während er ornanierte, um genügend Sperma für eine künstliche Befruchtung zu gewinnen. Aber ich habe Eier einfrieren lassen. Und wenn ich dann möglichst bald den richtigen Mann treffe... Naja... Diese Entwicklung hielt viele Generationen lang an und fiel nur wenigen auf. Wenn überhaupt jemanden.